So, und da sind wir wieder, nachdem uns der Serverphone verließ. Und das war ein Echo from the Internet. Wir waren beim Holz fällen und kehren auch dahin zurück. Ob die Blumen noch besser aussehen, wenn ich irgendwie eine bessere Grafikkarte hätte? I don't know. Der aktuelle Plan. Mich mit Holz vollladen bis zum Umkippen. In der Hauptsache aus Tannenholz. Das war's. 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 Was nicht bedeutet, dass ich dann nehme, was halt da ist, sondern ich suche dann wirklich neue Tanne. Das war's. 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 Und wir sind voll. Und es geht zurück. Das war's. Das nehmen wir noch mit. So viel Platz haben wir noch. Gerade. Gerade so. Kann nur so. Und den dann immer noch mit. Und dafür schmunzeln wir den raus. Aus. 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 Ahem. Wir lagern das Holz hier zwischen. Warum ist das eigentlich rot hier? Soll es nicht blau sein? Ne. Nochmal. Warum ist das eigentlich grün hier und soll das nicht rot sein? So. Block. Hm. Hm. Mhm. So und vielleicht. Okay. 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 Darf man das drumrum bauen? Ich denke schon, oder? Oh. Okay. 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 Vielen Dank. Okay. Herzlichen Glückwunsch! 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 Soweit ich mich erinnere, ich könnte nachgucken, aber eigentlich war dieses Gebäude zweistöckig. So könnte man es ja auch belassen. 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 So könnte man es ja nicht so. die bücher verschwinden nie die bleiben immer da die bleiben immer da die bücher verschwinden die bücher verschwinden die bücher verschwinden Das war's für heute. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Regale stehen. Tja. Wenn die erstmal stehen, dann stehen sie, ne? Die Regale. 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 Die kriegen wir so, oder? Wir können ihn mal aufhauen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt putze ich mir die Nase, Moment. Ein paar Tannen nehmen wir mit. Was ist das für Mucke? Voll die Panikmucke. Das ist mal wieder so Lala. Ja, das Rüstungsteil ist vielleicht ganz schick. Oder das kann ich auch selber bauen. Na gut, kann ich mir auch selber bauen. Klingt auch wieder, als hätte ich alles da, ne? Aber apropos da haben. Ja. 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 Das war's. 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 You too. So, und weiter Auto suchen. Der stand da einfach doof rum. Großer schwarzer Klotz mitten im Bild. Der stand da einfach. Vielen Dank. 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 I'm not alone. I think... I'm not alone. 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 Es wird aber eng, ne, Fragmente, kein Platz zum Schreddern. Ja, kein Platz. Legüe 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 Legüe